Oh fuck, das waren 300, die mich das gekostet haben. Oh shit, zu viel. Die hätte ich eigentlich besser woanders rein investieren sollen. So. Ja, ich bin ja schon dabei. So. Zwei Stück davon noch. Paar aus Karls. So, einmal dort ein bisschen zusammenführen von meinen Truppen, oder zumindest von ein paar meiner Truppen. 350 wäre natürlich auch noch mal ganz schön, wenn ich die jetzt zusammenbekommen würde. So, ihr da oben. Einmal hier oben. Ja. So. Ja, dass ich soll. Vier Treiböcke. Pff, okay, der macht das schon. Finde ich auch in Ordnung, wenn der da schon mal ein bisschen... Oh, der ist ja schon sogar drin. Oh. So. Der macht ja gerade richtig Spaß. Habe ich nicht so das Problem mit. Ich mach mal einen Münch. Ich mach mal einen Münch. Widerstand. Ich mach mal einen Münch. Mh, hm. So. Ja. Dass ich soll. Das war. Das war. Das war. Meine nächste Truppe kommt dann hier jetzt erst mal. Dass ich soll. Das war ja, das war. Du fängst schon mal mit Beschießen auf die Burg an. Okay, ich hoffe, meine Kavallerie scheint das aber gerade ganz gut zu machen, daher... Zumindest sieht es dementsprechend aus, dass die das gerade ganz gut macht. Okay, damit werden die weg. Okay. 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 Da unten gibt es gut was an Gold. Das sollte ich mir doch mal dann... Das möchte ich dann nicht einfach so liegen lassen. Ohne dass sich da irgendjemand drum kümmert, das wollen wir ja doch nicht. Es sind aber doch irgendwie glaube ich, habe ich den Eindruck, relativ viele drauf gegangen hier bei der Aktion. Aber naja, könnte schlimmer sein. Wir haben dort noch ihren Spaß. Ach komm, ich schicke mal meine Truppen da auch nochmal rüber. Wieso? Wieso nicht? Wieso? 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 Diese Looks雷 lösen. Auch wenn ja. Wieso? dann da oben passiert also ich hoffe zumindest mal dass ich gegen die nicht noch krieg führen muss aber aber ich vermute mal dass ich die besiegen würde unser kaiser mit abschaum eures gleichen zu verhandeln ich lasse das nicht so ja ich glaube den werde ich hinbekommen den zu besiegen so wie es nämlich aussieht ist das schon eine truppe hin unterwegs ich kann die sachen einfach mal so haus gebaut so noch dann brauche ich mal noch eins ja das war jetzt ärgerlich das war wirklich sehr ärgerlich ich dann schick ich mir meine günstig kavalerieren du kannst hier übrigens einfach mal den da bauen ja wäre wie stark saros erscheint mal sehen wird meine kavalerie da jetzt macht ist da ja okay schon mal nicht so mies war das jetzt ja okay schade aber ich habe da ein bisschen schon mal ich habe dafür gesorgt dass dort aufgeräumt wird schon mal und so du baumal den da hin ein paar mal dahin bauen so ein paar bogenschützen so noch ein tribok so mhm, mhm, mhm mhm, mhm wirklich ihr3 ihr könnt mir mal hier holz hacken ja mhm mhm mhm, okay ich hab ja verkommen damit erreicht gut wenn das so ist dann euch einmal hier unten hin jetzt schon ein bisschen bescheuert aber schön ist dass er damit wenigstens mit dem erwünscht der schöner kaputt ist der schicht der kennt auch die eigenen die okay da ist noch nicht meine armee Jetzt. Rache am Katapult. Okay, die sind irgendwie nicht so weit gekommen. Muss ich mal sagen, meine Truppe da. Hm. Na gut. Ist halt so. Ich schicke euch da auch schon mal hin. Hm. Ich denke, ich sollte meine Triböcke mal direkt mal direkt hier auf die Burg peilen. Damit die dann weg ist. Hm 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 hm. Lassen wir die mal erstmal durch, die drei. Hm 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 Schwarz. Boah. Alter Schwede, gehen hier viele drauf bei. Und du kannst mal den damit angreifen. Einmal noch die Festung hier zerstören und dann... Ah, da oben habe ich noch welche. Also, sehr schön. Oh, da unten. Oh, da unten. Oh, da unten. Oh, da unten. Okay. Oh, da unten. 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 Oh, da unten.